Vielen Dank für die Anmoderation. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Es geht um die automatische Korrektur von ÖV-Stationen in OpenStreetMap. Bevor ich genau erkläre, was damit gemeint ist, vielleicht kurz eine Vorstellung. Also wie gesagt, mein Name ist Patrick Brose. Ich arbeite hier am Lehrstuhl für Algorithmen und Datenstrukturen bei Professor Bastian der Universität Freiburg. Vielleicht kurz ein ganz schneller Überblick, was wir machen. Wir machen ganz viele verschiedene Sachen. Eine Sache, die wir zum Beispiel machen, ist Natural Language Processing. Hier ein Beispiel, hier kann man zum Beispiel eingeben, wer ist... Freiburg. Jetzt kommt eine automatische Autocompletion. Und wenn man diese Frage dann beantwortet, kommt die Antwort zurück. Freiburg liegt in Germany und in Baden-Württemberg. Das heißt, das funktioniert ziemlich gut. Andere Sache, die wir machen, ist Texterkennung in PDFs. Jeder, der schon mal PDF2Text benutzt hat, weiß, dass das ein schwieriges Problem ist, dass es immer noch nicht befriedigend gelöst ist. Dann machen wir vier Routenplanungen. Also unser Lehrstuhl steckt hinter der Routenplanungs-Engine von Google Maps. Das muss ich jetzt nicht zeigen. Ich denke, das kennt jeder. Wir machen einiges in letzter Zeit mit Graph-Datenbanken. Und insbesondere versuchen wir hier, Geodaten in Graph-Datenbanken einzupflegen. Zum Beispiel haben wir gerade, das ist das Clever, eine Engine, für den man eine Knowledge-Base anfragen kann mit Sparkle-Anfragen. Und wir haben hier einfach mal versucht, OpenStreetMap-Daten einzupflegen. Und das hier, was hier zu sehen, ist einfach eine Anfrage, die sämtliche Gebäude ausgibt, die einen Namen haben. Und man sieht hier, das geht dann ziemlich schnell, wenn man hier in Freiburg reinzoomt, zoomt, sind das sämtliche Gebäude in Freiburg, die in OpenStreetMap einen expliziten Namen haben. Genau. Dann, was vor zwei Jahren bei uns ein großes Thema war, war ÖV-Map-Matching. Hier ist ein Beispiel. Das im Hintergrund ist Traffic. Das hatten wir vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren noch zusammen mit Geops entwickelt, die, glaube ich, auch als Sponsor aufgetreten sind hier von der Foskis. Und jeder, der schon mal mit GTFS-Daten oder mit Fahrplan-Daten gearbeitet hat, kennt sicher das Problem. Man hat irgendwelche Fahrplan-Daten und die einzigen Geo-Informationen, die in diesen Fahrplan-Daten enthalten sind, sind Stationskoordinaten. Und wie die Fahrzeuge zwischen den Stationen verkehren, ist unbekannt. Das heißt, unser Tool Pfädler macht durch einen Map-Matching-Ansatz versucht, unser Tool Pfädler herauszufinden, wie diese Fahrzeuge hier verkehren. Und das Resultat sieht man auf dieser Seite. Das heißt, hier nur Luftlinienverbindungen zwischen den Stationen und auf dieser Seite ein gemap-matchte Trajektorie. Jetzt in den letzten Jahren haben wir viel Graph-Drawing gemacht. Das ist ein älteres Projekt Loom. Da versuchen wir automatisch, aus Fahrplan-Daten oder aus Open-Street-Map-Daten geografisch korrechte Linienverlaufskarten zu erstellen. Hier zum Beispiel Stuttgart, Freiburg haben wir auch. Leider nicht mehr so aktuell, weil wir diese Webseite schon länger nicht mehr aktualisiert haben. Hier ist Chicago. Und die algorithmische Schwierigkeit ist hier einfach, dass man auf diesen einzelnen Liniensegmenten eine Sortierung von diesen Linieninformationen finden muss, die wenig Kreuzungen induziert, aber auch wenig Trennungen. Die Trennung haben wir neu eingeführt. Und das hat entscheidend dazu beigetragen, die ästhetische Qualität dieser Karten zu verbessern. Der Überbegriff unter diesem Graph-Drawing-Problem im ÖV-Bereich ist das Metro-Map-Drawing. Ein anderes großes Problem ist da das automatische Zeichnen von octilinearen Karten. Da werden wir jetzt in den nächsten Wochen ein Paper dazu veröffentlichen. Das heißt, diese Karten hier wurden von diesem Input hier octilinearisiert. Und zwar innerhalb von wenigen hundert Millisekunden. Bestehende Ansätze haben da meistens mehrere Sekunden bis zu mehreren Stunden benötigt. Also hier zum Beispiel London, die Underground, das hier wäre Berlin. Und der große Vorteil von unserem Ansatz ist, dass es sehr flexibel ist. Das heißt, wir können nicht nur octilineare Karten automatisch rendern, sondern auch Karten, die jetzt versuchen, den originalen Eingabelinienverlauf ein bisschen zu approximieren, wie man hier sieht. Ein anderer großer Vorteil von diesem Ansatz bei uns ist, dass unser Ansatz in der Lage ist, Hindernissen auszuweichen. Das heißt, hier haben wir eine octilineare Karte von Freiburg, in der diagonale Kanten massiv bestraft werden, gleichzeitig aber auch versucht wird, Hindernissen auszuweichen. Hier die Berge in Freiburg und einige Parks und Seen. Und man kann sich schon denken, wenn man diese Hindernisausweichtechnik verbindet mit der Technik, dass die originalen geografischen Linienläufe bevorzugt werden, dann kann man das sehr gut verwenden, um schematisierte Karten zu benutzen, die zuzurendern, die als Overlay über bestehende Bilder oder bestehende Hintergrundkarten gelegt werden können. So, in all diesen, beziehungsweise in den letzten drei Gebieten, in denen wir forschen, haben wir immer wieder dieses Problem hier festgestellt. Und zwar geben zwei, ich nenne sie einfach mal Identifier von ÖV-Stationen, nennen wir sie mal S1 und S2, jeweils bestehen aus einem Label, zum Beispiel Freiburg Hauptbahnhof und einer Position in Längen- und Breitenkartenangabe, entscheide, ob S1 und S2 dieselbe Station beschreiben. Hier ist mal ein kurzes Beispiel. Wir haben hier drei Stationen in einer fiktionalen Stadt Newton. Einmal High Street, einmal Main Street. Und für uns Menschen ist es jetzt natürlich trivial ersichtlich, dass diese High Street, dieser Station Identifier und dieser Station Identifier Newton High Street, dass die beiden äquivalent sind und die beiden, beziehungsweise nicht äquivalent, sondern ähnlich in unserer Begrifflichkeit, und dass diese beiden Stationen hier, Newton High Street und Newton Main Street, dass die nicht äquivalent sind. Das heißt, für uns Menschen ist das trivial ersichtlich. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Editierdistanz von diesem String hier, Newton High Street, und diesem String hier vergleicht und von diesem String und diesem String, dass die Editierdistanz von diesen beiden Strings hier geringer ist, als die Editierdistanz von diesen beiden Strings, und die Distanz ungefähr gleich ist. Das Problem wird tatsächlich noch schwieriger, wenn man sich mal einige Beispiele aus OpenStream anschaut, denn wer schon mal immer mit diesem Problem konfrontiert wird, wird natürlich sofort gedacht haben, na gut, da kann man sich jetzt irgendwelche einfache Neuristiken ausdenken, da kann man sagen, gut, zwei Stationen sind ähnlich, wenn sie zum Beispiel innerhalb von 50 Meter zueinander liegen, oder wenn das Label gleich ist. Dass das nicht funktioniert, sieht man an diesem Bild, das ist Reusdorf, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Bonn. Und was man hier sieht, sind Stationen aus drei verschiedenen Datensätzen. Schwarz beziehungsweise grau ist OpenStreetMap, rot ist der offizielle GTFS-Datensatz, also der Fahrplandatensatz in dieser Region, und grün sind die offiziellen Fahrplandaten der Deutschen Bahn. Und man sieht hier schon, nicht nur weichen die Labels massiv voneinander ab, also wir haben hier zum Beispiel die Telegrafstraße, und hier Spich, Telegrafstre, Treusdorf, Spich ist einfach dieser Ortsteil von Treusdorf, sondern es weichen auch die Koordinaten massiv ab. Das heißt, hier dieser in OpenStreetMap hinterlegte Stationsidentifier ist fast 50 Meter von dem entfernt, der in den Fahrplandaten hinterlegt ist. Das heißt, schon dieses Beispiel zeigt, dass einfache Heuristiken hier nicht wirklich funktionieren. Und ein viel schlimmeres Beispiel hier, das ist London St. Pancras, wieder verschiedene Datenquellen, schwarz ist OpenStreetMap, rot ist, wenn ich mich richtig erinnere, genau wieder der offizielle Fahrplan der Deutschen Bahn, grün ist der Fahrplan der Eisenbahnverkehrsunternehmen, in England, und blau ist der Fahrplan der Eurostar-Linien, die durch den Eurostar-Tunnel fahren. Und man sieht hier schon, bei diesen blauen Stationen ist die Distanz von diesen Stationsidentifiers und diesem Stationsidentifier über 200 Meter. Und das Schlimme ist, die liegen eigentlich viel näher an der King's Cross Station als an der tatsächlichen Station. Oh. Perfekt. Wie lange war das jetzt schon? Haben alle das Bild gesehen? Okay, dann können wir ja weitermachen. Das heißt, an diesen Beispielen sieht man schon, dass einfache Heuristiken wahrscheinlich nicht wirklich gut funktionieren. Die Frage ist einfach, wie schlecht sind sie? Das haben wir ausprobiert. Wir haben eine Ground Truth erstellt. Wir haben einfach sämtliche paar weiße Stationen aus OpenStreetMap genommen, für Deutschland, Österreich und die Schweiz, die innerhalb von einem Kilometer zueinander liegen und die Mitglied in einer Relation Public Transport Stop Area sind. Das heißt, ich zeige gleich noch, wie das in OpenStreetMap modelliert wird. Das sind ungefähr 1,2 Millionen Stationen und in der erweiterten Version haben wir auch noch sämtliche Namensattribute, die in den Stationen vorkommen, also zum Beispiel Name, UEC Name, Ref Name, GDFS Name, als abstrakte Stationsidentifier genommen, die dann als eigenständige Station gelten, die jeweils wieder gruppiert sind innerhalb von dem Node, in dem diese relevanten Namensattribute vorkommen. Und dann sagen wir einfach, okay, Stationspaare sind ähnlich, wenn sie in derselben Relation beziehungsweise Gruppe sind und sie sind nicht ähnlich, wenn sie in verschiedenen Relationen sind. Nur zur Erinnerung, wie ist das in GTR in OpenStreetMap modelliert, wir haben ein Beispiel Padua-Allee, eine Station hier in Freiburg. Hier hat man verschiedene Knoten, die alle mehrere Namensattribute haben, zum Beispiel hier die Padua-Allee hat das Attribut Name, Padua-Allee, GDFS Name, Freiburg Padua-Allee, UEC Name, Padua-Allee, Freiburg in Breisga. Und all diese Stationsknoten, die tatsächliche Haltepunkte sind von ÖV-Fahrzeugen, sind dann gruppiert durch so eine übergeordnete Relation Public Transport Stop Area. Das heißt, in unserem Ansatz wären jetzt sämtliche Stationen, die in dieser Relation enthalten sind, gleich und wenn es jetzt hier auf dieser Seite noch eine andere Relation gäbe mit einem ganz anderen Namen, wären die jeweils paarweise nicht mehr ähnlich. So, wenn man jetzt so ganz einfache Heuristiken mal darauf loslässt und es einfach ganz naiv macht, wie man das so machen würde, bekommt man folgende Ergebnisse. Das heißt, wenn man einfach mal die Geodistanz nimmt und da einfach mal versucht, den besten Schwellwert zu finden, der Precision, Recall und F1-Score optimiert, findet man relativ schnell raus. Global gesehen, für ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz, liegt der bei 20 Metern. Und dann bekommt man ein Precision von 84% und ein Recall von 68%. Also Precision ist einfach die von denjenigen, die als ähnlich klassifiziert worden sind, wie viel Prozent wurden tatsächlich korrekt klassifiziert und der Recall ist einfach von denen, die global gesehen gleich sind, wie viel Prozent davon haben wir tatsächlich gefunden. Und man sieht schon, das hier ist der optimale Wert, der erreichbar ist. Mit diesem Schwellwert besser geht nicht. Das heißt, man sieht schon, das ist nicht wirklich gut. Diese anderen Äquivalenzmaße, die Editierdistanz oder diese Ähnlichkeitsmaße, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Die kann man in Wikipedia gerne nachlesen. Interessant ist hier unten noch TF-IDF. Also vielleicht kennen einige TF-IDF-Scores, die kommen so aus der Information Retrieval und versuchen, die Term Frequency und auch die Document Frequency jeweils zu berücksichtigen. Die Term Frequency ist einfach in einem großen Korpus von Texten, einfach wie häufig ein bestimmtes Wort in diesem Korpus vorkommt. Und die Document Frequency ist einfach in unserem Fall, wie häufig kommt ein bestimmtes Wort innerhalb von einem Stations-Identifier vor. Und das hilft einfach dabei, bestimmte Tokens, die extrem häufig vorkommen, global gesehen, nicht mehr als spezifische Identifikatoren zu nutzen. Das heißt, wenn man jetzt TF-IDF-Scores verwendet, bekommt man Precision und Recall jeweils bei 87 und 88 Prozent raus. Das ist jetzt nicht so schlecht, aber immer noch in der Praxis ungeeignet. Das heißt natürlich, dass von allen Voraussagen, die ich mache, 13 Prozent falsch sind. Naja, die zweite Idee, die man dann hat, man könnte ja verschiedene Methoden kombinieren mit Soft Voting. Zum Beispiel, im Fall von unserem Dachdatensatz könnten wir jetzt sagen, na gut, wir kombinieren die Geodistanz und die Editierdistanz. Wieder suchen wir in diesem Bereich für den besten Schwellwert, 20 Meter für die Geodistanz, das heißt, alle Distanzen größer als 20 Meter heißt, die Stationen sind nicht mehr äquivalent und alle Distanzen kleiner, 20 Meter heißt, die Distanz ist äquivalent und für die Editierdistanz haben wir hier einen Schwellwert von 99 Prozent, das heißt einfach praktisch, zwei Stationen gelten für die Editierdistanz dann als gleich, wenn ihr Label gleich ist. Und dann bekommt man eine Precision von 91 Prozent und einen Recall von 82 Prozent und wenn man dasselbe mit TF-IDF macht, wenn man das wieder verknüpft mit der Geodistanz, bekommt man Precision von 95 Prozent oder einen Recall von 88 Prozent. Das ist schon besser, aber immer noch werden mehr als 10 Prozent der ähnlichen Paare nicht entdeckt, das heißt, das ist auch nicht so wirklich gut. Was ist der Grund dafür? Wenn wir uns mal die Schreibweisen von Stationen anschauen, sieht man, dass es einfach extrem viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Stationen zu identifizieren. Das sind einfach die Schreibweisen für Freiburg Hauptbahnhof und man sieht schon, da sind so viele, dass es unrealistisch ist, die jetzt irgendwie mit vordefinierten Regeln fassen zu wollen. Und noch viel mehr Einblick in die tatsächlichen Probleme gibt, dieses Beispiel hier. Das ist ein falsches negatives und ein falsches positives von unserem Klassifikator, der auf TF-IDF-Scores basiert. Und da sieht man hier, das falsche negativ war, diese Station Auerbach wurde als gleich klassifiziert zu dieser Station Rosenweg, als nicht gleich klassifiziert, obwohl sie offensichtlich gleich sind. Was ist das Problem? Naja, die TF-IDF-Scores haben einfach im Grunde gelernt, dass dieser Identifier-Rosenweg, der global gesehen über ganz Deutschland gesehen extrem häufig vorkommt, dass der einfach nicht wirklich spezifisch ist. Und dagegen ist dieser Identifier-Auerbach-Karlsbad extrem spezifisch, denn der kommt global gesehen in ganz Deutschland nur in diesem kleinen Bereich um Auerbach vor. Das heißt, da dieser Spezifikator in diesem Label hier fehlt, wurde das als nicht gleich identifiziert. Und genauso bei diesem falschen Positiven hier haben wir hier die beiden Ortsnamen Cottbus und Kikebusch. Das heißt, die sind in beiden Labeln vorhanden, aber diese lokal ziemlich spezifischen Identifier Alte Schule und Friedhof, die halt global gesehen über ganz Deutschland extrem häufig vorkommen, die haben hier überhaupt, wurden in der Relevanz überhaupt keinen Impact. Das heißt, hier wurde einfach nur verglichen Cottbus-Kikebusch, Cottbus-Kikebusch, das ist in beiden Seiten vorhanden und die wurden als positiv klassifiziert. Das heißt, was haben wir für Beobachtungen? Bestimmte Tokens in Stationsnamen haben regional wenig bis gar keine Bedeutung, zum Beispiel Freiburg in Breisgaard. Die Reihenfolge der Tokens hat meist überhaupt keine Bedeutung, zum Beispiel Freiburg-Bertholzbrunn und Bertholzbrunn-Freiburg sind zwei valide Varianten, um eine Station zu benennen. Bestimmte Tokens haben gängige Ab- und Verkürzungen, zum Beispiel Hauptbahnhof, Zentraler Omnibusbahnhof, etc., und bestimmte Tokens sind ein Indikator für eine große geografische Ausdehnung der Station. Wenn eine Station Hauptbahnhof heißt, kann man davon ausgehen, dass diese Station eine größere Ausdehnung hat als eine Station, die zum Beispiel einfach nur Rosenweg heißt. Und unsere Idee war jetzt, diese Einblicke in Features zu überführen, sodass wir einen lernbasierten Klassifikator auf dieses Problem loslassen können. Und wir haben die folgenden Features für jedes Stationspaar S1 und S2 verwendet. Die Distanz in Metern zwischen den beiden Stationsidentifiern. Die Position des Zentruids von S1 und S2 auf einem verschachtelten Grid. Ich erkläre gleich noch, was mit dem verschachtelten Grid gemeint ist. Dann die Anzahl der Dreikramme, die nur in einem der beiden Labels vorkommt. Also die Dreikramme ist einfach, dass man die Labels unterteilt in jeweils kleine Abschnitte, so ein Sliding Window der Länge 3, mit dem man über die Labels drüber geht, dann bekommt man die Dreikramme. Und das ist im Grunde die Dreikramm-Differenz zwischen den beiden Labels. Und dann haben wir über den gesamten Datensatz, also in ganz Deutschland, Österreich, in der Schweiz, die Top K-Dreikramme gesucht. K ist bei uns 2000. Das heißt, von allen Labels, von allen Stationen, die in Deutschland vorkommen, haben wir die Dreikramme berechnet. Davon die 2000 am häufigsten vorkommenden. Und jetzt jeweils die absolute Differenz dieses jeweiligen Dreikrammes zwischen S1 und S2. Das heißt, wenn das Dreikramm für Freiburg Frö, das Dreikramm in dem einen Mal zweimal vorkommt in dem einen Label und in dem anderen viermal, wäre die Differenz für dieses Dreikramm Frö in diesem Fall zwei. Was meine ich mit dem verschachtelten Grid? Das ist überhaupt nicht kompliziert. Und ich erkläre kurz die Intention dahinter. Das verschachtelte Grid ist einfach, wir nehmen mehrere Grids. Also in diesem Falle haben wir drei Grids. Diese schwarze Grid, das rote Stationspaar wird nun in alle drei von diesen Grids einsortiert. Das heißt, ein Zentroid hier würde dieses schwarze Grid hier bekommen, dieses rote Grid und dieses blaue Grid, diese Zelle hier. Und das hat jetzt einen großen Vorteil, dass ich relativ einfach durch eine Kombination von diesen drei Koordinaten bestimmte geografische Regionen selektieren kann. Zum Beispiel diese geografische Region hier wird durch diese Grid-Zelle eine Kombination von dieser schwarzen Grid-Zelle und dieser roten Grid-Zelle hier definiert und dieses Rechteck A wird durch eine Kombination von dieser roten Grid-Zelle dieser blauen und dieser schwarzen Grid-Zelle hier identifiziert. Das heißt, unser Classifier hat nun eine Möglichkeit, gewisse Regionen zu lernen und einfach zu lernen, okay, in dieser Region hat bestimmte Kombinationen von drei Krammen, die zum Beispiel dann das Label oder das Token Freiburg im Preisgar ergeben, hat wenig Relevanz. Das funktioniert nicht perfekt, zum Beispiel dieses grüne 3 Rechteck C hier kann mit diesem Ansatz nicht selektiert werden, aber es funktioniert ausreichend gut, wie wir gleich sehen werden. Hier noch ein kurzes Beispiel für drei Stationspaare in Freiburg. Die entsprechenden Feature-Vektoren sehen dann einfach so aus, dass da vorne für das erste Paar Freiburg im Preisgar Hauptbahnhof an dieser Koordinate und das Label Hauptbahnhof an dieser Koordinate sieht der Feature-Vektor so aus, die Distanz ist 24 Meter, das hier ist die 3 Gramm Distanz, das sind die Koordinaten auf jetzt 2 Grits, einfach weil hier nicht genug Platz war, und das ist die Distanz der jeweiligen 3 Kramme, also das sind einfach die 3 Kramme, die jetzt im Raum Preisgar am häufigsten vorkommen. Am Ende wird einfach gesagt, aus unserer OpenStreet mit Ground Group sind die ähnlich, ja oder nein. Wenn man das macht, mit so einem lernbasierten Ansatz, und auf diese Feature ist einfach ein Random Forest Classifier, einfach ganz normal, ohne Parameter Tuning oder so, einfach Standard, wie aus Sklern rauskommt, auf diesen Feature loslässt, dann bekommt man tatsächlich, wenn man auf 20% der Trainingsdaten trainiert und das gegen ganz Deutschland testet, bekommt man Precision Record und FI-Score von 99%. Das ist annähernd perfekt und man kann damit zufrieden sein. Jetzt kommen wir zum wirklich interessanten Teil, denn 99% ist ja nicht wirklich perfekt, das heißt, es gibt immer noch Stationen, die von unserem Classifier als nicht gleich oder als gleich klassifiziert werden, die aber in der Ground Truth als das jeweils andere klassifiziert waren. Und wenn man diese wenigen verbleibenden Fälle jetzt noch im Detail händisch analysiert, stellt man fest, dass dieser Klassifikator häufig Recht hatte, aber die Ground Truth nicht korrekt war. Man schaut sich das händisch an und denkt, Moment mal, das stimmt doch, was hier vorhergesagt wurde, diese zwei Stationsidentifikatoren, die sind gleich, aber sie haben einfach in der Ground Truth nicht gestimmt. Wenn wir uns erinnern, was war denn die Ground Truth? Moment, das waren ja OpenStreetMap-Daten, dann kommt einem sofort die Idee, naja, wir könnten doch dieses Modell zur Federkorrektur von Stationsdaten in OpenStreetMap verwenden. Und unser Tool Steady macht genau das, wir gehen einfach im gesamten OpenStreetMap-Daten seit jedes Paar von Stationen durch, im Umkreis von 1000 Metern, wie anfangs gesagt, und unser Modell klassifiziert einfach, ob diese Stationsidentifier gleich sind, ähnlich oder nicht. Wenn sie von unserem Classifier als ähnlich vorgeschlagen werden, aber in OpenStreetMap nicht als ähnlich gruppiert sind, schlägt unser Tool vor, eine Gruppierung durchzuführen und wenn sie nicht ähnlich sind, oder von unserem Classifier nicht als ähnlich erkannt werden, aber in OpenStreetMap gruppiert sind, dann wird empfohlen, die Station aus der Gruppe zu lösen. Und wenn wir uns erinnern, wir haben jedes Label in unseren Stationen ist bei uns abstrakt eine eigenstehende Station. Das heißt, dieser Ansatz hat auch die Möglichkeit, zu erkennen, ob Labels innerhalb eines einzelnen Knotens nicht zusammenpassen. Das sieht dann in Stati so aus, das ist zum Beispiel ein Beispiel, ich mache gleich die Webseite noch auf, das ist gerade alles noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, also wir entwickeln da erst wenige Wochen dran, aber das ist zum Beispiel ein Beispiel unseres Tools für verschiedene Knoten für die Haltestätte VAG-Zentrum in Freiburg, das heißt, das Grüne, das man hier sieht, ist die Relation, die Public Transport Stop Area Relation, die in OpenStreetMap schon vorhanden ist, das hier sind Knoten, Stationsknoten, und die waren bis, ich glaube, vor wenigen Monaten, das ist ein altes Screenshot, bis vor wenigen Monaten waren die in OpenStreetMap noch nicht kopiert und unser Tool schlägt dann einfach vor, naja, dieser Stationsknoten, der passt sehr gut zu allen in dieser Relation schon vorhandenen Stationen, kopiert ihn doch in diese Relation. Das Tool ist öffentlich verfügbar unter steady.cs-unifreiburg.de Wie gesagt, noch ganz früher Entwicklungsschritt. Was sieht man hier? Grün sind Stationen, wo unser Tool sagt, da ist alles in Ordnung, blau sind Stationen, wo unser Tool Vorschläge macht und rot sind Stationen, wo offensichtliche Fehler unser Tool entdeckt hat. Jetzt zoomen wir hier mal ein bisschen rein, wie das zum Beispiel aussieht. Das ist zum Beispiel die Stationen. Dieser Datensatz ist aktuell, den haben wir heute Morgen noch mal generiert aus den aktuellen OpenStreetNap-Daten. Das hier ist zum Beispiel die Station Schwabentorbrücke hier in Freiburg. Man sieht schon, das sind sämtliche Stationen gruppiert in einer Relation Public Transport Stop Area, aber diese eine Station hier, wenn wir uns die mal in OpenStreetNap anschauen, das ist genau die hier, man sieht schon, die sind keine Relationen enthalten und unser Tool schlägt vor, diesen Knoten in diese Relation mit aufzunehmen. Wenn man hier mal rauszoomt, dann wird schnell deutlich, dass unser Tool hauptsächlich Vorschläge macht, um Stationen zu gruppieren. Fehler sind sehr, sehr, sehr selten. Das spricht zum einen für die Qualität von OpenStreetMap. Zum anderen bedeutet es aber auch, wenn unser Tool tatsächlich Fehler findet, sollte man die sich im Detail anschauen. Zum Beispiel, hier wird ein fehlerhafter Knoten in Bad Grotzingen, hier südlich von Freiburg, markiert. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, da stimmt tatsächlich was nicht. Dieser Knoten hat ein Name-Attribut Kempsstraße und ein UEC-Name-Attribut Kastelbergstraße Bad Grotzingen. Kempsstraße und Kastelbergstraße, das passt offensichtlich nicht zusammen. Da stimmt irgendwas nicht. Das heißt, hier sollte man mal schauen, ob das noch stimmt. Das ist jetzt ein Fehler, der tatsächlich ein Fehler ist. Es gibt aber auch Sachen, wo unser Tool Fehler markiert, die man jetzt nicht als Fehler verstehen müsste. Zum Beispiel hier in Preissach gibt es diesen Knoten hier, der das Name-Attribut Burgheimer-Landstraße hat und das UEC-Name-Attribut Burgheimer-Straße Preissach am Rhein. Das heißt, wenn man hier mal anguckt, unser Classifier hat schon gelernt, dass in diesem Gebiet hier rund um Preissach die Tokens Preissach am Rhein überhaupt keine Relevanz haben. Denn diese beiden Labels wurden korrekt als gleich identifiziert. Aber unser Tool hat hier erkannt, Moment, hier oben heißt es Landstraße und hier heißt es Straße. Irgendwas stimmt da nicht. Genau, soviel zu Steady. Wie gesagt, das ist öffentlich verfügbar, wird von uns auch regelmäßig mit neuen Daten gefüttert. Wenn man da mal rauszoomt, gut, die roten Knoten, die werden jetzt auf dieser Zoom-Stufe ein bisschen gewichteter dargestellt, aber es sind tatsächlich nur sehr, sehr wenige Knoten. Das meiste, was unser Tool vorschlägt, sind tatsächlich Gruppierungsvorschläge. Und nochmal, wenn man sich hier diese korrekt markierten Knoten anschaut, man sieht hier schon, es ist nicht trivial zu entscheiden, dass Freiburg-Schwabentorbrücke, Schwabentorbrücke und Schwabentorbrücke, Freiburg im Breisgar, dass diese Labels dieselbe Station beschreiben. Aber unser Tool hat das tatsächlich gelernt, wie gesagt, durch dieses verschachtelte Grid, dass in diesem Bereich Freiburg im Breisgar und Freiburg keinerlei Relevanz haben. Vielen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, gerne. Jawohl, vielen herzlichen Dank. Gibt es noch Fragen? Vielen Dank. Mit welcher Programmiersprache wurde programmiert und mit welchen Bibliotheken? Der Classifier ist in Python programmiert mit SK-Learn, hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Das Backend von das Backend zum Frontend ist im Grunde nur zusammengehackt in C++ relativ schnell. Also da wird im Hintergrund nichts Fertiges verwendet. Das sind Eigenentwicklungen. Wir hätten noch Zeit für eine Frage, falls dem so ist. Hallo, ist das Ganze denn auch nicht nur öffentlich verfügbar, sondern ist auch der Quelltext öffentlich verfügbar? Spätestens heute Abend. Ich habe ja gerade schon gemeint, wir haben heute Morgen den Datensatz neu generiert und dabei ist uns ein Bug aufgefallen. Man sieht hier, Freiburg Hauptbahnhof, werden hier ziemlich viele Fehler angezeigt und auch vorgeschlagen, dass diese Stationen in andere Relationen gruppiert werden. Das Problem ist einfach nur, wenn man Open Studio anschaut, wird einem klar, dass diese Stationen, wo hier eine neue Relation vorgeschlagen wird, die sind schon in einer Relation. Und das Problem ist einfach, wir haben unsere Filterregeln angepasst und jetzt fallen gerade einige wenige Relationen, zum Beispiel diese Relationen hier am Busbahnhof in Freiburg fahren raus und wir würden das gerne noch fixen, bevor wir das öffentlich machen. Also vermutlich heute Abend werden wir das auf GitHub schieben. Ja, ich glaube, wir können noch eine Frage zulassen. Okay, vielen Dank, sehr spannend. Ist denn auch immer noch das andere geplant, also nicht USM zu fixen, sondern einen zweiten Datensatz? Also unser Tool kann grundsätzlich natürlich dazu verwendet werden, verschiedene Stationsdatensätze zu verschneiden. Das war ja auch der ursprüngliche Anwendungsfall. Das ist auch bei uns im Lehrstuhl genau das, wofür wir dieses Tool anwenden. Grundsätzlich wäre das mit dem Quelltext auf jeden Fall möglich, zum Beispiel zu sagen, ich habe hier OpenStreetMap-Daten und ich habe hier diesen Stationsdatensatz, verschneide mir das. Es ist auch genauso gut möglich, dass man sagt, okay, mein Modell trainiert jetzt auf OpenStreetMap-Daten, dann habe ich dieses Modell und jetzt vergleiche ich einfach Datensatz, zum Beispiel Fahrplan-Datensatz A und Fahrplan-Datensatz B und versuche hier die Stationen zusammenzumergen. Auch das wäre natürlich grundsätzlich möglich, ja. Und ist natürlich sehr, sehr spannend, wie gesagt. Das ist eigentlich ein Abfallprodukt von diesem Tool. Gut, vielen herzlichen Dank für die schönen Einblicke. Ich denke mal, Fragen kann man im Nachlauf noch stellen. Ich denke mal, das war's. Ich denke mal, das war's. Vielen Dank. Vielen Dank.